Ah, hierhin So, jetzt muss ich erstmal gucken Was hab ich, was brauch ich, was kann ich verkaufen Okay, die Quest haben wir jetzt durch Machen wir als nächstes das hier Das ist auch ganz in der Nähe Das ist gleich hier drüben, und der Snipert irgendwer, ist vorsichtig Wir sind im Ghetto Okay, hab ihn Revolve auf die Distanz, ey Oh, oh, oh Da sind noch zwei weitere Ach komm Flo, hinter dir Danke Okay Hast keiner hinter dir? Nein, schon Tor Ah, okay Das ist ein wichtiges zu viel, ich treff den kaum Du bist besser, komm mal ein bisschen vor dich hin Aua Lass mir den Kill Aua Lass mir den Kill Weg Hey, Schroeder sagt, Fahren ist besser als gehen Mein Daddy meinte immer, Räder sind besser als Wir haben auch jede Menge Medikits Was? Was nicht erledigt, brauch ich nicht mehr Was nicht erledigt, brauch ich nicht mehr Du nicht, aber irgendwie könnten wir hier brauchen Gleich So So, da, da, da Was haben wir hier liegen, Schaden Für Granaten Halt Mn 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 irgendwo claptrap finden und den telekop noch töten 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 alles klar ich glaube ich habe den typen gefunden und der raketenwerfer und hier sind noch mehr geschütze alter das war raketenwerfer raketengeschütze wow da kamen raketenwerfer ist ja nicht so als hätte ich das nicht angekündigt oh scheiße nein habe ich kaputt 18.854 wiederbelebungsgebühr das kann und kannst du mich eben aufheben super sauber danke wunderbar bereite dich jetzt auf das vor was vor dem ich melde mich bald wieder okay das ist das war eine main quest glaube ich flo was hast du noch für eine waffe aufgesammelt erhält sich die gleicher skandraten das war froh die geschehen der von uns die vor so schlecht er hat er noch nicht so gut ist ganz gut ist die würde ich sonst nehmen wenn die keiner brauche ich würde sie nehmen wenn das kann was nicht braucht 56 mal 9 meine macht 46 mal 7 mehr er könnt ihr haben meine schrothart 50 mal 8 ist eine kiste mit pistolen drin der ist das toll über trug sowieso nix meins also jetzt musst du mit klepp reden ja naja aber erst mal wahrscheinlich mit dem klepp der davor steht würde ich mal so tippen das ist noch ein bisschen munition und ähnliches gelumpe einsammelt jetzt nicht jede menge revolver moni noch mehr revolver moni da ist eine waffenkiste was interessant ist drin ich habe auch eine waffenkiste gegner nicht wirklich warte ja komm jetzt auf dem haus dachte man die führung ok das ist wenigstens gelohnt es sieht aus wie weiße waffen also nicht das ist ein waffenautomat ist relativ geile pfaff eine pistole mit 71 der mensch ist echt schnell echt schnell echt gut die frage was habe ich hier eigentlich das ist sehr seltsam aber ne und auch noch mal was raus stellen Können wir eigentlich zurückgehen, oder? Jo, denke auch. Müssen wir hin da lang. Hier ist hart an dem Hinragen. Ja, so gut ich halt kann. Müssen wir wieder irgendwo was, Gebiet wechseln? Ja, frei. Gut, darf ich euch nicht rennen. Nö. Ich kann alleine laufen. Was, ich kann alleine laufen? Muss ich keiner mal in die Hand nehmen? Naja, wobei hier kommen paar Gegner, aber die kriege ich wohl auch noch schnell umgeschossen. So, wie sieht der neue Raketenwerfer aus? Schlecht. Großrot. Du drehst ihn trotzdem unter einem Arm. Ja, Standard halt. Von den kommen immer viel zu viele, von diesen kleinen Viechern, ne? Ich hoffe, dass ich ein Afflecks sind, ja. So. 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 We'reCA. We're here. We're here. So. 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 Hier einmal eine Packung mit Dosenfleisch, es heilt nämlich, es gibt APs. Zuckerwasser? Nein, Zuckerwasser ist Salz weg. Wasser. Ja, ich versuchen können. Ich sehe eine Waffenkiste. Ja, das sehe ich auch. Oh, das rennt der Scheiß. Boah, Alter, der geht ab und wird's. Level Up. Wie Level hat schon Level 31? Irgendwo kriege ich Damage, aber von wo? Oh, eine Raketenwerfer. Hier ist was für Sirenen. Ja, ich kann gar nicht. So. Dass wir in der dritte Zeit haben, nein. Oh ja, ja, ja. Das ist vielleicht einfach so weit. Das ist ein bisschen. Mit mir ist das温暖ter gemacht. Ja. Oh ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja. Ein bisschen zurück. Von meinem kleinen ist wir sind zurück. Oh, wie viele da kommen? Das ist aber langsam echt mal gut. Da hinten sind noch mal drei, wenn ihr euch mal umdreht, auf der Insel. In die Richtung, ne, in die Richtung müssen wir nicht drücken. Ne, zum Glück nicht. Lass uns mal weitergehen. Muss erst mal skillen. Vielleicht finden wir ja Godzilla. Da war es wieder. Ja, jetzt höre ich auch was. Und ich bin so gut wie tot. Das ist keine gute Idee, dass wir hier gerade vorhaben. Und das sieht nach einer großen, großen Arena aus. Und der Eingang sieht auch nicht so nett aus. Ja. Ja.